start ja willkommen bei marona kassier sieht hier seht ihr flemmings sich schaut bei flemming tv play vorbei willkommen bei mein mikrofon ist aus willkommen bei marona kassier sieht euch und heute spiel wieder ls2 galgenberg mit flemming tv play und ich schicke meinen screenshot gleich abgeschafft mikrofon läuft ist ja nicht so als hätte ich vor einer stunde zwei videos aufgenommen ich kann gerade schon wieder daran verzweifelt ich arbeite gerade an einem neuen story projekt wenn ich mal zeit habe und ist ja nicht so als hätte ich da jetzt folge vier und fünf aufgenommen wo wichtige teile der story drin vorkommen ach so gucken sie sich folgenden screenshot einmal an jetzt wissen sie warum ich gelacht habe ja ich sehe gerade dass man in meiner aufnahme sieht wenn du eine nachricht schickst das freut mich es könnte aber teilweise auch noch problematischer werden ja und ich gucken ob ich ganz fix mal in meiner sicht eingeblendet krieg ich mal euch den screenshot zeigen kann den ich gerade gemacht habe nicht einfach ein bild die quelle habe ich habe ich habe ich habe ich so ok so wie mache ich das jetzt am dümmsten dass man nichts sieht ja so kann ich es auch machen so geht es auch indem ich euch einfach mein steam kram zeige dann ist das vielleicht ein bisschen größer krieg so ja kurze frage müssen wir darüber noch reden dass ich das gerade eben hinbekommen habe naja ich glaube nicht ach so ja das sind noch so ein paar anderes die screenshots aus der ersten folge ich weiß nicht ob das so übliche praxis ist auf einen schneidwerkswagen zu laden du magst schick ich das ding aber wird was ich über was ich gerade mich beschwere ich habe gerade zwei mauszeiger ich gratuliere lukas jetzt jetzt habe ich ganz kurz wieder das intro das ist blöd beim sehnen wechsel so so hier und dann darüber so ich kriege jetzt aber schlauer hin wie ich so so aber wir haben uns genug über so ein bullshit unterhalten ja ich habe es dann auch gleich medienwiedergabe was so kommt ja das war aus der ersten folge ja ja jetzt kommen wir mal wieder zurück zum aktuellen wo mein drescher in der halle nur aus der hälfte der teile besteht ich würde dich darum bitten stroh ablage auszuschalten so jetzt muss es gleich aus sein dann ja und dann würde ich dich darum bitten mir nachzufahren warum der fendt irgendwo im nirgendwo stand das erfahrt ihr indem ihr die letzte folge schaut ja in der ich immer wieder nicht da war weil ich ach da soll ich dich anschieben weil ich keine zeit hatte wir hatten es vor aber ich hatte keine zeit ja und dienstag und mittwoch sind bei mir so naja dienstag ist ein tag bei mir der ist ein bisschen kritisch mal ein bisschen anschieben den lukas bei mir donnerstag ach morgen machen wir im unterricht einfach mal schön guter blog mit unserem klassenlehrer gemeinsames frühstück ich bringe sandwich maker mit und so einen scheiß machen wir da morgen also aka heute wir hatten heute nur fünf stunden morgen haben wir dann nur sechs und morgen habe ich auch nur sechs ja und am freitag haben wir fünf das heißt wir haben jetzt sagt fünf stunden neun stunden fünf stunden heute hätten wir jetzt neun das feld hier muss ich trage aber ja du steht an farbe und es funktioniert ja wenn es nicht funktionieren nicht nur naja aber da wird auch so eine nachricht angezeigt das kann man eigentlich nicht übersehen aber dir würde ich trotzdem zutrauen so dann dresche ich meinen hafer ab dass du gar nicht darauf reagierst worauf hast du mir gerade zugehört weiß ich nicht die strohablage ist aus falls du das meinst gut 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 ich ja ähm ich habe gesagt du hast gesagt ja da steht wenn der acker einen nicht gehört dann steht da das groß ach so das ja ja es funktioniert und so ja ja daran kann ich mich erinnern den satz okay aber deine reaktion war dann nicht mehr die war zu 100 prozent vorhanden meine reaktion würde ich sagen in anführungszeichen okay was nennst du bitte reaktion ich habe das wort meine reaktion war in anführungszeichen vorhanden ja ich habe eine zucker das war wow okay ähm du wolltest uns einen artikel vorlesen habe ich gehört jawohl einen moment bitte Discord was wer war hier mit dem Landschaftstool unterwegs ich nicht die map ich manchmal zu blöd so von der Berliner Morgenpost naja von den Buletten halte ich ja schon mal persönlich ziemlich wenig da ist ein großes Bild von der Bauerndemonstration von Montag 18. Dezember 17.23 halt ne da kam der Artikel äh von Montagmorgen ja da stehen halt sehr sehr viele Bulldog Traktoren und nicht gerade die ähm kleinen Winzlinge die wir aus äh deinen Ultimer Projekten kennen sondern so eher so ein 700er Fan Standort würde ich jetzt mal so behaupten wollen ich sehe hier einen alten 800er 9 8 oder 900er ja ich sehe einen alten 7er oder 8er Johnny einen 6er ja aber du weißt worauf ich hinaus wollte nicht ähm die kleinen einige klar die ja dann auch Lkw ja 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 und so weiter Holzanhänger genau eben sehr sehr viel genau wahrscheinlich dachten sich so ein paar war es für so ein paar Berliner Kulturschock weil heilige Scheiße was ist das hab ich in meinem Leben noch nie gesehen da hab ich einige YouTube Shorts dazu gesehen und ich muss mich mittlerweile leider mit zu den Verbrechern sehen die YouTube Shorts gucken wieso weil ich hab mein TikTok Account auseinander genommen ich kenne das Passwort nicht und ja alles gut wenn ich dir das ein was sage dann wirst du nicht mehr äh dann dann auch keine Ahnung ich hab kein TikTok ich hatte noch einen TikTok alles gut ja ja das ist ein Buch Berlin deutsche Landwirte rebellieren gegen Kürzungspläne bei Agrardiegel und Kfz-Steuer dabei geht es vielen Bauern so gut wie lange nicht da ist schon ein Satz ein Fehler nämlich dabei geht es so vielen Bauern so gut wie lange nicht Schauen wir doch mal nach Höfe Sterben Deutschland Statistik das klingt doch gut Neue Statistika.de, wa? dazu hab ich ein Zitat Statistika.de, natürlich ich hab ein Zitat zum Thema Statistiken glaube keine Statistik die du nicht selbst gefälscht hast also 1975 waren es in Deutschland 904.700 Höfe heute sind es 256.000 mhm siehst du den Fehler? ja es ist rapide gestiegen bis 2001 dann hat es sich kurz erholt und es ist von 2009 zu 2010 von 360.000 auf aber du musst auch bedenken es waren früher ganz ganz viel äh was macht der denn hier ganz ganz viele kleine Höfe und jetzt sind es wenig extrem große Höfe ja aber das was auffällt ist dass die Höfe immer noch immer weniger werden von 2021 zu 2000 äh 22 waren es 1000 Höfe weniger hui das kannst du jetzt nicht vergleichen mit der mit dem von 1970 bis 2000 weil da sind halt die ganzen Leute in Rente gegangen aber heutzutage werden sie gezwungen aufzuhören weil 1970 bis 2010 sagt man mal das war so die Zeit wo wo es angefangen hat mit dem ganzen Zeug und wo dann die jungen Leute in die Stadt gezogen sind ja und denen wir Triebe übernommen haben ich sag's mal so drei von meinen Urgroßeltern hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb es gibt noch einen ich sag mal so mein in Anführungszeichen Onkel der ist nicht wirklich ich hab mir eher gedacht mein Onkel aber er sagte ich ihn Onkel nennen soll kennst wahrscheinlich die Geschichte ja nein aber egal auf jeden Fall hat der für den LPG gearbeitet die haben ihn da raus geekelt obwohl er noch arbeiten wollte also Deutschlands Bauern sind erbost Pläne der Bundesregierung Vergünstigungen beim Agrardiesel und Kfz die Steuer zu streichen brachten in dieser Woche tausende Landwirte auf die Straßen Bauernverbandspräsident bla 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 sprach von einer Kampfansage an die deutsche Landwirtschaft ich kann den Nachnamen nicht aussprechen und dann was ist Joachim das ist der Worname den Plänen der Ampelkoalition zufolge würde durch die Streichung der Steuervergünstigung bei Agrardiesel gut 440 Millionen Euro eingespart werden weitere 485 Millionen Euro würden würden frei wiesemann die Befreiung für Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge von der Kfz-Steuer entfallen also wir hätten auch aber das ist und das ist schon Terror ein grünes Kennzeichen zu bekommen also das muss man auch erstmal hinkriegen wir haben es versucht wir haben es nicht hinbekommen als auf einen durchschnittlichen 100 Hektar Betrieb würde es bei reinem Ackerbau eine Mehrkosten Mehrkosten von 2300 Euro pro Jahr bedeuten und für einen Milchviehbetrieb von 3900 Euro pro Jahr ja ich weiß jetzt nicht ob das stimmt was die Berliner im Morgenpost das sagt weil der Titel ist schon mal nicht klar und das sind auch so im Bunetti das sind die Leute die das schreiben sind die Leute die ihren Kaffee morgens für 6 Euro bei Starbucks kaufen ganz kurz wie nennst du diese Dinger die man zu fasching ist die mit Marmelade füllt sind nein nein die Diskussion fange ich jetzt nicht an doch sag mal einfach nein doch du sagst es mir jetzt also ich sag mal so bei uns am Bäcker stehen die mit Pfannkuchen da Pfannkuchen bei uns hat heute jemand Berliner dazu gesagt da habe ich mir nur gedacht von der Intelligenz der Berliner wird es pass aber wir sagen Krapfen ne das war jetzt schon ein wenig gemein aber manche Leute checken halt einfach nicht was in der Welt guck mal ich nimm die Berliner Boletten ja und über ah wohl ne das kann ich jetzt sie werden da auch noch nicht bringen das musstest du glaube ich rausschneiden auch wo ich sag mal so in Brandenburg wird ähm mehr ähm Berliner als in ähm Berlin selbst weil in Berlin höre ich ja mittlerweile jeglich andere Sprachen aber kein Deutsch mehr ja äh dazu sag ich jetzt mal nicht es ist aber einfach nur die Wahrheit das ist das Problem von der Politik aber das liegt nicht nur an der Ampelregierung das war schon bei der Frau Merkel das hat eigentlich jeder Merkel ausgefressen das ist der Kuhn von Frau Merkel ja unter anderem aber die aktuellen machen es jetzt alles besser naja ich sag nur das Wort Bürgergeld ok ja da hab ich warte mal da muss ich jetzt nochmal ganz kurz was anderes raussuchen ich weiß nicht ob ich das zeigen kann das ist ein Bild ich lese mal vor Rechenbeispiel die Streichung in der Landwirtschaft sparen nächstes Jahr ca. 1 Milliarde Euro ein bei noch 265.000 Betrieben sind das durchschnittlich 3.780 Euro im Jahr also 314 Euro pro Monat die fehlen die fehlen würden die 5,5 Millionen Bürgergeld-Empfänger ab dem nächsten Jahr nur 46 Euro mehr bekommen anstatt den geplanten 61 würde man auch eine Milliarde sparen auf die HRN-B-Trag zu fahren die fleißigen würden wenigstens weggenommen bekommen und die faulen Seiten trotzdem mehr es ist die Wahrheit ja und das ist auch einfach nur der Grund die hatten das Ding am Anfang des Jahres wo die Inflation noch höher war höher gepokert aber die Inflation ist nicht so stark ausgefallen und jetzt hatten sie nicht auf gut Deutsch die Eier in der Hose um das Ding ein bisschen wieder zurückzuziehen naja es sind halt unsere guten Berliner Amtskollegen nee Kollegen ist ein Verbrechen das zu sagen ähm 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 Sessel Furza weißt du etwa KollegInnen Sessel Furza äh innen der Landwirtschaftsminister ist von die Grünen das kann ja nur noch schlimmer wär ja aber ich finde Pistorius äh als Verteidigungsminister macht seinen Job gut aber besser als alle seine Vorgänger aber der Landwirtschaftsminister ist der Art die deutsche Name äh Schigemar Schigemar du weißt nicht Herr Östemir ja Östemir Östemir warte mal bei uns geht grad das Garagentor und ich kann dir nicht erklären zu weil die Garage wird aktuell nicht benutzt ja ich bin über der Garage also so ah ja letzte Bahn äh ich bin ein äh ich bin ein aber auch aber halt auch mehr ausgeben ich glaube das ist so ein kleiner Rechenfehler von Denner ähm weil dadurch dass die ganzen kleinen Betriebe aufhören verdienen die großen Betriebe mehr müssen aber auch mehr ausgeben und ich kann mir vorstellen dass das denner Rechenfehler ist ja wenn sie überhaupt gescheit gerechnet haben so aber ich glaube ähm was wir in der nächsten Folge machen steht eh in Stern war ja ja ein was möchte ich noch ganz kurz vorlesen ja Spitzenverdiener unter den Bauern waren die Milchviehbetriebe mit 143.000 Euro durchschnittlich Backerbauern 120.000 Euro durchschnittlich Ökobetriebe 100.000 Euro durchschnittlich ja ähm was halten die denn mal davon da Spritkosten abzuziehen Wartungskosten abzuziehen Dünger Saatgut ja weil ich glaube jetzt nicht dass das der reine Gewinn ist in einem Jahr das kann ich mir nicht vorstellen da haben sie irgendwo einen Rechenfehler drin vielleicht haben sie monatliche Kosten da raus aber es wird ja immer noch gespart für neue Maschinen die auch nötig sind neue Ackerflächen brauchst du für alles Geld weil die kleine Betriebe hören auf und wenn man die Äcker nicht kauft oder pachtet dann bauen die da Solar hin und dann wollen sie regional und billig und alles wird aber immer teurer weil es weniger Platz wird weil es mehr Auflagen gibt weil die Preise steigen und so weiter da gibt es noch was da ganz einfach anderes ein paar hoch intelligente Leute aus Berlin kaufen sich irgendwo in Deutschland agrarflächen und schieben den preis künstlich hoch auch das gibt es auch dass sie wie Immobilien in agrarflächen investieren ok aber ja Flemming hat jetzt den Acker getroschen ja tschau bei Flemming pvplay vorbei bewertet das Video abonniert den Kanal bis zum nächsten Mal tschüss äh ich muss nochmal ganz kurz weg ja auf Aufnahme Aufnahme Bis zum nächsten Mal.